Herzlich Willkommen zur dritten Folge von Super Mario Maker 2 und heute schauen wir uns mal den Modus Bauen an. In diesem Modus kannst du Level bauen. Möchtest du dir das Grundlagen 1x1 zur Steuerung in diesem Modus ansehen? Ich weiß eigentlich wie das geht vom Vorgänger aber ich denke mir zur Vollständigkeit, also der Vollständigkeit halber. Im Let's Play schauen wir es uns einmal an. Level-Bau-Steuerung. Hier bist du. Hallo ich bin Nina, schön euch kennenzulernen. Und mein Name ist Yamamura, lizenzierter Super Mario Maker Baudozent und Brieftauben vor Ruhestand. Wir zeigen euch wie alles funktioniert. In meinem Lieblingsessen sind... Na gut. Yamamura. Wie gehen wir also? Aha. Ich lese den Text nicht mehr vor. Okay, gut wir schauen uns doch nicht an. Ja, es ist dann doch. Wir gehen dann doch einfach wieder in den Level. Level-Bau-Modus und probieren mal ein bisschen was aus. Okay. Ja, schon aber. Das können wir jetzt mal spielen hier. Ja, das ist halt so ein Demo-Level. Das ist halt so ein Scrolling-Level. Im Super Mario Bros. 3-Stil. Ja, okay. Toll. Ja, da kommen wir ins Menü. Aha. Diese vier Spiel-Themen stehen zur Auswahl. Es gibt noch Mario Bros., Mario Bros. U und Mario 3D World. Ich denke, wir schauen uns Mario 3D World an. Ja. 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 Ich würde sagen, wir fangen mal mit der normalen Oberwelt aus 3D World an. Ja. Autoscrolling langsam normal individuell. Eigentlich gar nicht. Die Zeitung können wir von 300 Sekunden bis zu 10 Sekunden und bis zu 500. Ja, ich glaube 400 ist ein guter Kompromiss. Das ist das. Ja. Eine, das ist ohne getroffen zu werden. Ich würde noch den einmal verlassen hast. Nee, das ist alles unnötig. bewegungspur aha ich kann meiner durchschalten jetzt können wir da oben mal bauen da jetzt mal Sound und dann gibt's jetzt Wolken oder Cooper ich hätte mir doch etwas die Steuerung anschauen sollen weil ich weiß kann man die hier irgendwie auch noch umbauen Spielanleitung Level bauen ja danke das weiß ich alles ja aber wie kann ich die wechseln wenn du eins davon lange berührst kannst du sie nicht so lange... ich glaube das ganze im Touch Modus viel einfacher ist aber ich kann jetzt halt nicht den Touch Modus herzeigen ich möchte nicht fixieren die einblenden oh das wollte ich jetzt eigentlich nicht ich bleib schon ganz gerne in der Oberwelt ah ok wir haben da wieder einen sanften Abhang von da kann ich das nicht zeichnen aha dann kann ich bis hier hin machen dann schließt er sich gleich da an ich soll es halt irgendwie da reinbauen das wollte ich überhaupt nicht ja wie kann ich den Boden da unten jetzt anfüllen das war noch immer die falsche Taste aber jetzt kann ich ja mit suchen Boden das geht im Touch Bildschirm so viel einfach das ist die Mario Musik oh mein Gott wie geil ich muss sagen das Gamepad geht halt schon hart ab das möchte ich schon mal anmerken das Gamepad ist schon man merkt dass es fehlt sagen wir so also das ist definitiv so gehen wir weg da ok ich würde sagen wir schauen uns einfach nur ein paar Elemente noch an und zwar einmal ok das gibt noch hier einen Block aber der kann ja noch einiges mehr es gibt Items Gegner enorm viele Gegner und Vorrichtungen ein ausschalter als Zapfen wo sind denn so versteckte Blöcke Gelände Block Donut Block was zum nein kann ich da noch was anderes ok jetzt könnte ich halt hier theoretisch schon mal nichts machen ok ich bilde mir aber ein jetzt kann ich hier sagen nein ach ich muss den jetzt irgendwo reinziehen kann ich auch zwei Pilze reinziehen kommen denn jetzt drei Pilze kommen denn jetzt drei Pilze raus nein jetzt kommt es nur einer raus der gleich mal das Suizid begeht ok nachdem er gestorben ist kommt er wieder hier hin ja wir wollen schon auf jeden Fall wieder etwas Boden hier einbauen dafür geht er mal hier runter ok ich glaube das passt so nein das kriegt mir gar nicht ja dann mag ich mir mal so eine ich will schon immer mal so eine Koopa Pyramide bauen funktioniert das das hat ja gut geklappt das hat mal überhaupt nicht funktioniert ja toll das sind die jo wahrscheinlich ne du kannst gleich mal Paracrupa können müsste ich sagen das oder kann ich dich nicht auch einfach löschen ach so stimmt El so war das ok du bist jetzt ein fetter Paracrupa und jetzt bleibst du jetzt oben nein du bist immer noch ein voll Idiot ja das hat mal überhaupt nicht funktioniert das macht überhaupt keinen Sinn ja äh komm machen wir mal was ich würde sagen wir machen jetzt einfach mal hier noch ein paar Fragezeichen Klöcke hin ich hatte noch Y als ich suche dann geben wir doch mal wo sind noch mal die Items da natürlich wollen wir die Katzen Glocke ein So, einmal da ran, einmal da ran, dann schnappen wir uns einfach mal noch so als böse Überraschung ein paar Gegner. Ich bin echt nicht gut im Levelbauen. Ja, komm, wir sind im ersten Level, wir platzieren da halt überall Gumbas. Nein, geh weg. Warte. Sagt der Gumba? Ich glaube nämlich schon, dass der Gumba sagt. Aber wir haben überhaupt keine Münzen. Nein, das hat hier das Belohnung, das hat immer so eine Münzspur. So ein paar Hinweise geben. Und hier machen wir das Ganze dann nochmal. Wir machen es etwas fieser. Nein, bleib wo du bist. Genau, wenn man es hier... Und hier machen wir so einen Münzding hin. Das sieht scheiße aus. Das sieht absolut scheiße aus. Nein, warte, er muss, er, Mario muss ganz am Anfang stehen. Jetzt kann ich spielen. Hier gibt es einen Pilz, hier gibt es einen richtigen Hinweis. Und wenn er es jetzt könnte, er sich hier treffen lassen, genau. Wir machen aber gleich was, wenn man gleich die Katzenglocke braucht. Genau, wir machen hier eine Wand hin. Genau, es gibt ja nämlich hier so Elemente noch. Ah, blöd, doch was? Hiervon, hiervon, genau. Ja, doch, ein Gelände. Ah, blöd, denn falsch. Ich will es mir machen. Hier kommt so eine Platte hin. Die sogar ziemlich hoch ist. Und Mario, genau. Und hier machen wir mal... Wir haben jetzt hier eine drin und dafür... Platzieren wir noch ein paar andere Gegner. Weil ich möchte nämlich, dass man hier es schwer hat. Genau, dann machen wir mal einen Hammerbruder. Blöd dann hierher. Und hier hinten machen wir nochmal... Einen Hammerbruder hin oder zwei, genau. Na, falsch. Hier hin. Das löschen wir weg. Und jetzt hat der Typ entweder die Option, dass er in diese... Nein, ich nehme eine normale Röhre. Oh, fuck. Genau, er kann sich einfach in diese Röhre hier reingehen. Genau, eine normale Gerund-Röhre. Hm, will aussehen für den Unterboden. Was? Was heißt vertikal? Ne, warte. Ausgang für die Röhre. Achso, wo man rauskommt. Ja, schon so. Ja, hier ist ja natürlich Untergrund. Dass das nicht klar ist. Genau, da kommt jetzt mal. Wow, wow, wow. Ich habe mir schon eine Decke gezogen, wenn ich zeichnen könnte. Geh mal weg da. Genau, er kommt hier aus dieser Röhre raus. Die sich da oben auf mysteriöse Weise versteckt hält. Den Boden brauchen wir natürlich auch. Hallo, wo ist der Boden? Den machen wir mal hier lang. Das Ganze wird jetzt sehr linear, aber ich glaube, wir machen noch ein bisschen Lava-Passagen hier ran. Genau, ich glaube, wir machen hier noch ein bisschen... ...was Lava-mäßiges hinein. Dann brauchen wir erstmal eine Röhre, die hier wieder rausführt. Genau, die darf ruhig hier sein. Das ist eine Mario-Verschwinder-Röhre. Genau. Und die Ausgangsröhre, die ist dann... ...ja, nur halt nicht da. Nein, beweg dich da her, genau. Genau. Ich weiß immer noch nicht, wie ich so ein unsichtbarer Wahnsinn mache, aber bitte. Es ist halt die Frage. Nein, ich mache hier vielleicht wieder einen normalen Boden hin. Ja, lass, lass, bleiben wir mal wieder... Oh. Okay, hier bauen wir jetzt noch diesen... ...standardmäßigen Mario-Turm hin. Ach, wisst ihr was? Aha, wisst ihr was? Wisst ihr was? Wir machen das richtig schieß. Wir machen hier schon die Steigung. Und dann machen wir hier jetzt... ...aus Münzen... ...dieser Treppe... ...die ich gerade viel zu hoch baue. Äh, genau. Aber... ... mir so so aber ich will nach unten dann kann ich da raus jetzt kommt das mal ein schöneres radiergummi werkzeug einsatz nicht so eine scheiße die laber fällt das wäre zu asozial machen wir hier mal vier blöcke wo denn ich kann aber machen das ein eigenes gelände oder wie es gibt nur in der festung da machen wir es anders dann bleiben wir einfach bei machen wir sonst machen wir so ein laufparcours machen wir solche blöcke dahin nein das war scheiße hier sollte schon ein block sein an dem man sich dann retten kann und jetzt kommen hier oben ich weiß dass ich so richtig 08 15 stein blöcke hin das geräusch ist so der hammer das ist so geil keine sache ich weiß dass das viele bestimmten nicht interessiert ich hoffe wir müssen mit der größe nicht verdauen auf der jetzt gegenseitig getötet ok und hier machen wir jetzt noch zwei hin und hier haben wir noch so eine nette gegner wand hin genau wo aber aus welchen gegnern und am anfang gibt es einen versteckten mit einer fragezeichen blöcke verstecken genau am anfang gibt es hier mal eine fragezeichen eigentlich will ich verstecken wie geht das was ist das hier kein pfeil rufzeichen blöcke schlangen blöcke das macht das ganze kaputt wegweiser strampolin eiszapfen kiste er war eine holzkiste hin machen wir da vier holzkisten hin nein warte ihr kommt auch weg und dafür kommt jetzt dort in die kiste hier eine feuerblume kann ich denn ich kann nicht in die kisten packen das ist sehr sehr schade dann machen wir es einfach so dass der in die kiste dann geht weg dass der boden hier schon beginnt die röhrer kommt eins nach oben wir machen hier noch mal stein blöcke hin genau das nein ich will da bauen das hat ja gar nicht funktioniert brauche ich das lauter paar auf kann man Goomba stapeln hä die kann man doch auch so stapeln die waren im original game so oder? konnte man die nicht stapeln oder kommt das jetzt später? das hat ja mal so gar nicht funktioniert ok also Gegner wisst ihr was das war eine scheiße Idee wir machen das war jetzt zu viel wir machen hier wieder zu ja man soll die schon sehen das soll jetzt nicht so aus als sicher sein und du kommst hier rein ansonsten muss ich hier vorne treffen lassen von was weiß ich wie kann man Gegner stapeln ich will eine Gegner Wand bauen ah ja wir machen hier noch zwei so kleine Hitzköpfe hin die hier dabei sind alles zu zersprengen Gut, ich würde sagen, wir gehen erstmal wieder nach oben. Ah, ich habe das Wichtigste vergessen. Ich wollte nämlich hier unbedingt noch das, was ich eigentlich vorhatte. Einen P-Switch platzieren, und zwar hier oben. Nein, 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 nein. Äh, was kommt weg? Nein. Ihr solltet jetzt hier oben stehen. 1, 2, 3, 4. So. Das ist jetzt der P-Switch, dann gehen wir jetzt mal nach oben. Und komm, hier oben ist noch so ein paar Belohnungssachen drin. Das sind einmal Coins, 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 Coins. Dann führt natürlich die Spur hier nach oben. Oh, das ist nicht so okay, aber... Okay, jetzt passt es wieder. Eigentlich soll das jetzt passen. Oh, das war nicht sehr clever. Mario, komm mal her, da. Okay, jetzt. Und wenn man jetzt hier langläuft... Jetzt komm mal hier mal den Pilz raus. Ich kann jetzt natürlich... Ich werde instant sterben. Ich weiß nicht, wo das ist. Dann kann man sich hier... Das hier krallen und kann... Was? Ich hab das abvergessen. Dann kann ich jetzt hier nach unten... Ich kann jetzt hier schon das Ziel erreichen. Oder man geht hier rein. Aber das ist nicht gut. Und dann kann man hier... Lauf... Das hat gar nicht geklappt. Nein. Der erste muss weg. Ja, nochmal. So. Okay, nee, warte. Ist das direkt salty? Es geht sich echt nicht aus. Ich muss da kleinere machen. Okay, gut. Not so. Ah. Kopieren, genau. das klingt ja urlustig machen wir noch einen herr ok noch ein herz waren die alle nach unten das finde ich nur noch gar nicht cool dass man hier nicht instant der boden im arsch ist warum kommt da der block nach unten raus japan schätze gibt es einfach überhaupt keine alzheimer der gut so dass es einfach hierhin mario und dann schocken wir das mal genau das soll auch passieren ich gebe zu das waren ein paar zu viel das bleiben wir bei dem einen ja ok ich kann selbst nicht das macht das ist nicht gut ok man kann einfach runter gehen und warten bis der sich in die luft sprengt dann kann man hier den p-switch rausboxen dann kann man den mitnehmen dann kann man sich denn hier hinstellen kann damit wieso kann man da drüber hüpfen nein das meinte ich damit nicht eigentlich kannst du aufhören das ist echt scheiße gemacht nichts ich denke weg ich gehe weg ich gehe weg es ist klar Okay Oh, so kann ich auch die Ebenen switchen Ja, wieso kann ich so viel drüber hüpfen? Das hat schon was von einem Bug Ja Weck mich der Soll ich ja noch testen, ob man hier irgendwie drüber kommt Warte, dann mal hier nämlich Wenn man nicht doof ist Dann könnte man da vielleicht drüber kommen Ich folge sie schon aus Na, da kommt man nicht drüber Da muss man schon hier rauf gehen Jetzt kann man aber Hier rauf klettern Aber wo ist das Zielhaus? Na gut, offensichtlich kann man das nicht ändern, dass man über die Flagge drüber springen kann Dann sage ich danke fürs Zuschauen Vergesst nicht zu abonnieren Schaut den ganzen Schmiedekram vorbei Und dahinten machen wir noch ein paar Absinn Naja Kann ich das jetzt irgendwie speichern? Ja, Speicherboot Ah, ok Jetzt kann ich das Level hier Das ist natürlich Und wie kann ich das Actuality speichern? Da gibt es doch sicher eine Option dafür Ich meine, wenn das jetzt weg ist Ach da Speichern Na gut, ich denke das war für den Anfang jetzt nicht so scheiß Das war halt ein kleines Show Level Ich werde hier noch ziemlich viele andere Level spielen Aber vor allem Werden wir eure Level zocken Daher schreibt gerne Level Codes auf Twitter, Instagram Oder hier direkt in die Kommentare Wir werden sie auf jeden Fall mal irgendwann zocken In einem Stream, lasst da nach unten, wenn es euch gefallen hat Vergesst nicht zu abonnieren Schaut den ganzen Schmiedekram vorbei Und dann macht's gut Bis zum nächsten Mal Ciao